Bei der Haferverwaltung Kehl in der Ausbildung sollte man mitbringen, körperlich fit sein und robust und man muss sich bewusst sein, dass man mal im Regen steht, nicht nur immer in der Sonne und auch im Winter mal richtig kalt wird. Aber ein Hafenarbeiter kennt kein schlechtes Wetter. Ja, nach der Ausbildung gibt es genug Möglichkeiten, was man machen kann, zum Beispiel die großen Schiffe gehen und entladen. Dann haben wir noch eine coole Lok, mit der wir die Waggons hin und her rangieren und dann haben wir noch Containerstapler und Radlader. Bei meiner Arbeit in Hafen Kehl gefällt mir sehr gut, dass es sehr vielseitig ist, sehr abwechslungsreich und ich bin jeden Tag in der frischen Luft und ich lerne jeden Tag was Neues. Hier in Hafen Kehl haben wir regelmäßige Schulungen und man kann sich weiterbilden bis zum Meister und wird auch alles gut bezahlt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.